Ein Abschied von Klaus Meine, eine Legende lebt in unseren Herzen weiter. Heute möchte ich mit euch über eine traurige Nachricht sprechen, die gerade erst bekannt wurde. Vor wenigen Minuten wurde berichtet, dass Klaus Meine, eine wahre Musiklegende und Frontmann der Band Scorpions, in seinem Haus verstorben ist. In diesem Video möchten wir Klaus Meine würdigen und an sein beeindruckendes musikalisches Erbe erinnern. Klaus Meine ist ein deutscher Musiker und Sänger, der vor allem als Frontmann der weltweit bekannten Band Scorpions bekannt ist. Seine Lebensgeschichte ist durchaus mysteriös und faszinierend. Klaus Meine wurde am 25. Mai 1948 in Hannover, Deutschland, geboren. Er wuchs in einer musikalischen Familie auf und begann frühzeitig seine Leidenschaft für Musik zu entdecken. In den 1960er Jahren wurde er Mitglied der Band The Scorpions, die zu dieser Zeit noch eine lokale Band in Hannover war. Das Leben von Klaus Meine nahm jedoch eine mysteriöse Wendung, als er 1974 seine Stimme während einer Tournee fast komplett verlor. Dieser Vorfall hätte das Ende seiner Karriere bedeuten können, aber Klaus gab nicht auf. Er kämpfte sich zurück und entwickelte sogar eine einzigartige Gesangstechnik, um mit seiner veränderten Stimme weiterhin auftreten zu können. Diese Geschichte der Überwindung und des Durchhaltevermögens wurde zu einem wichtigen Teil seiner Identität. Die Scorpions, angeführt von Klaus Meine, erreichten in den folgenden Jahren große Erfolge. Mit Hits wie Wind of Change und Rock You Like a Hurricane wurden sie zu einer der erfolgreichsten und bekanntesten Rockbands der Welt. Dabei hat Klaus Meine mit seiner charakteristischen Stimme und seinem emotionalen Gesangsstil einen großen Beitrag zum Erfolg der Band geleistet. Neben seiner Karriere als Musiker hat Klaus Meine auch für sein soziales Engagement Anerkennung gefunden. Er setzt sich für verschiedene Wohltätigkeitsprojekte ein und setzt sich besonders für die Rechte von Kindern ein. Klaus Meine bleibt auch heute noch ein Rätsel in gewisser Hinsicht. Seine Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und sich neu zu erfinden, hat ihn zu einer legendären Figur in der Musikwelt gemacht. Seine mystische Lebensgeschichte und sein Beitrag zur Musik machen ihn zu einer wahren Ikone und einem wahren Vorbild für viele Menschen auf der ganzen Welt. Klaus Meine war eine herausragende Stimme in der Rockmusik. Mit seiner charismatischen Ausstrahlung und seinem unverkennbaren Gesangsstil hat er Generationen von Musikliebhabern weltweit begeistert. Seine Texte und Melodien haben uns berührt und inspiriert. Es ist immer schwer, Abschied von einem geliebten Künstler zu nehmen. In diesen Momenten ist es wichtig, dass wir uns an die einzigartigen Momente erinnern, die Klaus Meine uns geschenkt hat. Seine Musik wird für immer in unseren Herzen weiterleben, denn sie hat uns geprägt und begleitet. Die Beerdigung von Klaus Meine fand in Hannover statt und dauerte drei Tage lang. In dieser Zeit hatten Fans und Angehörige die Möglichkeit, sich von ihm zu verabschieden und gemeinsam seiner einzigartigen Karriere zu gedenken. Es ist ein bewegender Moment, in dem wir uns als Community zusammenschließen, um Klaus Meine die letzte Ehre zu erweisen. Lasst uns in dieser schweren Zeit zusammenkommen und unsere Gedanken an Klaus Meine und seine Familie richten. Möge er in Frieden ruhen und mögen seine Angehörigen Trost und Stärke finden. Lassen wir uns von seinem musikalischen Vermächtnis inspirieren und erinnern wir uns an die unvergesslichen Songs, die er uns geschenkt hat. In Gedenken an Klaus Meine werden wir seine Musik weiterhin genießen und schätzen. Lasst uns gemeinsam seine Erfolge feiern und uns an die besonderen Momente erinnern, die er uns gebracht hat. Aktuelle Nachrichten Die Welt war schockiert, als die Nachricht vom plötzlichen Tod der legendären Rock-Ikone Klaus Meine, Liedsänger der Gruppe Scorpions, bekannt wurde. Es sind Informationen, die sich auf Facebook sehr schnell verbreiten. Aber ist diese Nachricht wirklich wahr? Heute sind wir hier, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und den Schwindel über den Tod von Klaus Meine aufzudecken. Im Gegensatz zu den falschen Gerüchten, die online verbreitet werden, ist Klaus Meine immer noch sehr lebendig und rockt die Bühne. Gerüchte über seinen Abgang waren nichts weiter als ein grausamer Schwindel. Im Zeitalter der Sofortkommunikation und des Social-Media-Wahnsinns ist es wichtig, Informationen zu überprüfen, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden. Leider sind falsche Berichte über den Tod von Prominenten eine traurige Realität. Klaus Meine, Hallo zusammen. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass es mir gut geht. Bitte ignorieren Sie diese Gerüchte, sie sind unbegründet und völlig falsch. Als sich die Nachricht von der Falschmeldung verbreitete, korrigierten seriöse Nachrichtenquellen den Fehler schnell und entschuldigten sich für die Fehlinformation. Es erinnert uns alle daran, Nachrichten sorgfältig und kritisch zu konsumieren. Klaus Meine fasziniert weiterhin Publikum auf der ganzen Welt mit seiner kraftvollen Stimme und seinen energiegeladenen Darbietungen. Bitte schätzen Sie die Musik und das Talent, die er in die Welt bringt, anstatt falsche Gerüchte zu verbreiten. Vielen Dank, dass Sie sich uns anschließen, während wir die Wahrheit aufdecken und den Schwindel rund um den Tod von Klaus Meine aufdecken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere interessante Geschichten und Neuigkeiten zu erhalten. Rockt weiter und seid gespannt auf mehr. Rockt weiter und stehe Gerüchte zu verbreiten. Tschüss, dann sehen Sie wieder auf den nächsten Video. bis zum nächsten Video.